Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 2. Juni mit Zoe Tassowali. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ja, es ist offiziell. Rot-Weiß-Essen hat einen neuen Trainer. Christoph Dabrowski wechselt von der 2. Liga zu Rot-Weiß-Essen in die 3. Liga. Zuletzt war Dabrowski Trainer bei Hannover 96 und führte den Verein zum Klassenerhalt. Dabrowski freut sich auf die neue Aufgabe und hat richtig Lust, sagt er. Lust auf RWE, Lust auf die Hafenstraße und Lust auf die leidenschaftlichen Fans. RWE hatte kurz vor dem Saisonende überraschend den früheren Cheftrainer Christian Neidhardt entlassen. Gründe waren wohl unter anderem die schwankenden Leistungen der Mannschaft in den Wochen. Der neue große Recyclinghof soll jetzt doch an der Pferdebahnstraße im Nordviertel gebaut werden. Die Essener Entsorgungsbetriebe haben auf Radio Essen Nachfrage bestätigt, dass die Pläne dort jetzt doch umgesetzt werden. In den letzten Wochen gab es Überlegungen, besser ein Gelände an der Emscherstraße zwischen Katernberg und Altenessen zu nehmen. Dort will sich aber auch ein Autoverwerter vergrößern. Die Politiker im Stadtrat waren in der vergangenen Woche mit beidem nicht einverstanden und haben beschlossen, dass an der Emscherstraße erstmal nichts verändert werden darf. Sie wünschen sich dort Unternehmen, die besser zu den Wohngebieten in der Nachbarschaft passen. Nach der Datenpanne im Essener Impfzentrum ist das erste Urteil gefallen. Die Stadt muss einem Mann 100 Euro Schadensersatz zahlen. Eigentlich wollte er 10.000 Euro haben. Das Landgericht sagt aber, dass die Datenpanne ein Versehen war und der Mann dadurch keinen konkreten Schaden erlitten hat. Zusätzlich muss er aber auch noch die kompletten Kosten des Verfahrens zahlen. Am Landgericht liegen jetzt noch 25 weitere Klagen von Einzelnen und eine größere Sammelklage. Vor knapp einem Jahr hatte ein Mitarbeiter des Impfzentrums aus Versehen die persönlichen Daten von Impflingen per Mail an hunderte Menschen verschickt. Die Tafel im Südostviertel kann in den nächsten Wochen keine neuen Kunden mehr aufnehmen. Gestern wurden gut 100 freie Plätze vergeben. Die Schlange war aber deutlich länger. Deshalb mussten viele weitere nach Hause geschickt werden. In der Schlange standen fast nur Geflüchtete aus der Ukraine, sagt der Chef der Tafel. Im Juli gibt es maximal ein paar Plätze für Notfälle. Anfang August will die Tafel dann wieder Normalplätze vergeben. Der Tafelchef geht aber davon aus, dass die dann erneut nicht reichen werden. Insgesamt versorgt die Tafel 1.600 Menschen. Sie bekommen den Platz immer für ein Jahr. Vor dem Marienhospital in Altenessen ist in der Nacht ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Anwohner haben ihn entdeckt und den Notarzt alarmiert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und inzwischen ist er auch außer Lebensgefahr, sagte die Polizei auf Radio Essen Nachfrage. Eine Mordkommission ermittelt jetzt aber, ob schon ein Tatverdächtiger gefunden wurde und was man zu den Hintergründen weiß, das wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erst noch bekannt geben. Bei uns in Essen gibt es den nächsten Versuch für Trinkwasserbrunnen. Diesmal fordert die SPD solche Brunnen. Als erste schlägt sie öffentliche Plätze vor, an denen sich viele Menschen aufhalten. Auf längere Sicht fordert sie Trinkwasserbrunnen in ganz Essen. Unter anderem sollen auch Obdachlose die Brunnen nutzen können, damit sie im Sommer immer frisches Wasser bekommen. Die Idee für Trinkwasserbrunnen bei uns ist nicht neu. Zuletzt haben die Grünen vor zwei Jahren Brunnen unter anderem in der Innenstadt und im Südostviertel gefordert. Die Stadt hatte zuletzt unter anderem gesagt, dass die Brunnen zu teuer sind. Auch Theater und Philharmonie in Essen lockern jetzt die Corona-Regeln. Ab sofort fällt die Maskenpflicht überall weg. Das gilt in der Philharmonie, im Altotheater, im Grillotheater und in der Casa. Es gibt nur eine Ausnahme. Bei den letzten beiden Theatervorstellungen von Aufruhr im Grillotheater müssen Besucher durchgehend noch Maske tragen. Ansonsten fällt die Maskenpflicht aber überall weg. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute Nacht trocken mit ein paar wenigen dünnen Wolken am Himmel bei um die 7 Grad. Wir hören uns hier bei Radio Essen dann wieder morgen früh ab 6 Uhr. Ich wünsche euch jetzt allen erstmal einen schönen Donnerstagabend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.